Wie heißen Sie? Ich bin der Flory, gehört der Band Freakmusik an. Die Band ist so eigentlich entstanden, dass Olli, also mein Bandkollege, fing an mit Musik, hat mich zur Musik gebracht und dann fing das im Keller bei ihm zu Hause an mit Spielereien am Rechner und mit dem Programm, Mikrofon, sowas. Und wann hattet ihr euren richtigen Auftritt mal? Den ersten Auftritt hatten wir zusammen in Tescho, damals beim DoorFest. Das ist 2009 gewesen. 2009, gutes Jahr. Und waren da auch noch mehrere Bands oder nur ihr einzeln? Also ich mein, es gibt ja auch Privat-Partys und... Ne, das war ein DoorFest war das da und da war auch eine Schlagersängerin und so, die hat das auch organisiert für uns, dass wir da halt auch auftreten können. Und was für Musik habt ihr so gemacht? Wir machen ja immer noch Hip-Hop, mehr in den spaßigen Bereich an Musik, halt auch über Pop und Rock, halt alles eigentlich, aber da mehr auf Spaß gesehen als auf ernste Themen. Wir setzen uns meistens hin und sagen, okay wir haben jetzt Lust was zu machen. Wir haben auch unsere Ideen im Voraus schon. Aber das Endprodukt entscheidet die Melodie, sag ich mal. Also wenn wir dieses Instrumental haben, dann kommt von uns auch erst die richtige Idee und dann wissen wir, okay da bauen wir drauf auf und so entsteht das Endprodukt. Macht ihr auch Touren? Also ich mein, überall oder macht ihr hier nur MV? Ja, es kommt drauf an. Also überwiegend hatten wir oder wir hatten nur Auftritte bis jetzt in Mecklenburg-Vorpommern. Meistens in Güstrow und Umgebung, auf Dorffesten und sowas. Aber wenn jemand uns in Bayern mieten würde oder anfragen würde, würden wir auch da ein Auftritt machen. Und wie wollt ihr da hinkommen? Mit Auto oder habt ihr so einen Privatbus oder? Ne, wir würden uns ein Fahrer suchen. Mit Auto oder halt mit Zug. Und YouTube? Habt ihr auch schon Dauslicks und Abonnenten? Also wir sind zufrieden dafür, dass wir wirklich hier aus der Kleinstadt kommen. Es ist in Ordnung, was wir halt machen. Viele Lieder gehen bei uns halt über YouTube mit Musikvideos etc.